Stürzt halt ab, mir auch egal. Ich muss ein bisschen älter laden, ein bisschen weiter zurück. Vielleicht kriege ich das Ding da unten noch platt, bevor ich mich aufladen gehe. Ich habe hier nicht mehr so viel Munition. Ich habe doch mal einen Laser. Ich glaube doch ordentlich, ich hoffe, ich... Nicht da reinfliegen. Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Aare, bitte zur Hölle. Danke. Bin dir sehr verbunden. Mit dieser Schnur. Wie gesagt, ganz schön anstrengend. Aber bevor hier wieder nachher da ausschalten wird, möchte ich doch, wenn möglich... Wo sind die Raketen bloß? Ich habe auch nur so viel Munition. Lohnt sich vielleicht nochmal sterben zu lassen und dann erst den Fuß benutzen. Aber da liegt noch Munition rum. Von daher... Also der ist so fast schon gar nicht gelohnt. So, wir fliegen sinnlos weiter. Wir töten noch ein paar Gegner. Wir sehen den Gegner. Ja, ganz oben schweigern. Ach ja, wie soll man treffen? Ich sehe die teilweise nicht mal richtig. Geh weg. Ich... Wann, das Ding ist schneller als ich. Wie ist das Licht? Wann, das Ding ist schneller als ich. Geh da raus, der Ecke. Was ist das hier jetzt? Stirb doch einfach. Oh nein, er stirbt natürlich nicht. Das ist das Schlitz, das spüren wir da ab. Mann. Drecksspiel. Ich treffe die nette mal. Wie kann mit welcher Waffe. Wieso ich es mal treffen würde. Aber nee. Ich habe ja nur diese scheiß Dreckswaffen. Überhaupt nichts taugen und scheiße sind. Nichts taugen. Und scheiße sind. Schon wenn es nichts taugen und scheiße sind. Und sie taugen nichts und sind scheiße. Ach ja. Instant-Dev-Knarre. Habe ich nicht. Kriege ich auch nicht mehr. Das ist wie tot. Nein, ist es nicht. Sich nicht einfach abschießen lassen. Wie all die anderen Ständer auch. Mann, ja, jetzt hör auf auszuweichen. Ach, der Pool of Life wäre jetzt auch wieder aktiviert worden. Schön, dass du mir das sagst, Arschleherz. Es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt oder nachher da hingehe. Ich kann doch mal aufhören, wenn du da einen scheiß Zielerfassungsdreck. Ich habe ja noch die Mucks. Zielerfassungsdreck. Ich kann doch mal aufhören, wenn du da einen scheiß Zielerfassungsdreck. Ich kann doch mal aufhören, wenn du da einen scheiß Zielerfassungsdreck. Ach, ja. Ach, noch ein Gegner. Toll. Jetzt geht's schon die Munition aus. Und da ist noch ein Gegner expawnt. Warum denn nicht? Mir egal jetzt. Ich habe eh keine Munition mehr und nichts mehr gehabt. Oh, da ist mir die Luft jagen. So, runter da. Nein. Muss denn das ständig sein. Ah, stirbt du hier. Hauptsache, ich habe mir vorher noch mal ins Gesicht geschossen. Ach, schon recht. Was kommst du denn her? Tschüss. Spiel hängt. Ich hoffe, ich werde es asynchroner durch. Ich bete dafür. Nein, ich glaube nicht. Gut, ich bitte nicht dafür. Ah, hier oben ist nichts gespawnt. Guck dir mal rauf, Jungs. Hallo. Oh, da kommt schon einer. Was hast du wohl gern, hä? Das hätte ich wohl gern, hä? Dumm Arschgesichter. Tschüss. Abwärts. So, bevor ich jetzt da runterfliege, fliege ich jetzt wirklich erstmal nach oben und hole mir das Schild. Naja, wie ist das Position gesetzt? Oh, ein großer Turm. Nur einer. Gut. Nur einer. Ach ja, schon klar. Oh, ich treffe ihn so nicht, oder was? Oh, ich treffe ihn so nicht, oder was? Doch, ich treffe ihn so nicht. Nö, lass ich da liegen. Geht gleich noch viel mehr Schildenergie, warum soll ich das billig Zeug da jetzt mitnehmen? So, was haben wir hier noch? Schönes, Neues. Ach so, ein Ding. Ja. Der Weg zum Schildgenerator weist sich als schwieriger. Ja, stürzt halt ab. Ist mir inzwischen auch völlig egal. So, weiter. Weiter auf. Spawn doch irgendwo. Wer weiß, wo ein Gegner. Oh, Munition. Oh, Munition. Tschüss. Munition. Mehr Munition. Hat da nicht noch irgendwo was rum? Nein. Definitiv nicht. Aufgehen und aufbleiben. Ach so, das sind die Raketen hier. Ach ja, f***t euch. Ja, ja, tschüss. Wir tun nichts, Born. So. Alle Ansteiger haben nichts. So, 255 Schild haben wir wieder. Gut. 255 Schild haben wir wieder. Ich kriege aber mit meinem Mikro durch. Wie hier steht. Stormand. Was heißt Stormand? Sprech doch mal Deutsche, scheiß Engländer. Am dritten Weltkrieg müsste das eh können, wenn wir Welt erobern haben. Es lohnt sich so überhaupt nicht, da hinzufliegen, weil unterwegs würde so viele Gegner scheinbar kommen. So, ich habe schon die Hälfte der Gegner gekillt. Hey, es lohnt sich gar nicht, da hinzufliegen. Nichts da. Ich weiß, ich muss so scheiß Dinge in der Suskan jetzt mit der Suskan töten. Naja, es hat sich so richtig gelohnt. Wenn ich hier zurück bin, habe ich genauso wie ich Schild wie vorher. Null. Nur, dass ich mit Munition unterwegs noch verblasen habe. Hier auf. Och nee, da ist auch noch was gespawnt. Ja, warum denn nicht? Ich schleiche mich einfach mal von hinten an und Schild, gestolpfeier! So. Gut, weiter. Hier kommt noch was gespawnt. Ich schaue lieber noch mal runter. Sieht nicht so aus. Gut. Dann jetzt da rein. Ah, okay. Ich blieb die mal lieber nicht mehr rein. There's no fire without smoke. Was ist denn ein Flammenwerfer? Äh, hä? Ich komme da nur nicht mehr weg. Schön. Habe ich danach nicht nochmal gespeichert. Ja, schön. Dann schweigen wir jetzt halt danach. Also, da lang fliegen wir nicht. Fliegen wir vielleicht da lang. Wie soll ich das denn erst mal da hinfliegen? Ah, hat es richtig gelohnt, meine 255 Schild? So überhaupt nicht. Wo ist der Flieger-Drecks-Tipp da? Och nein! Warum? Wie geht mir diese Dinger nicht auf den Sack? Mann! Halt die Fresse! Stirb halt einfach! Es ist nicht so schwer! Ich kann mich gar nicht so schnell drehen, wie das Ding fliegt. Mann! Die scheiß Kugeln sind ZISO! Mann! Das wie Ausreden-Drecksspiel! ZISO eine Kugel von der Wende abbrangt. Hä? Wann spawnt er jetzt? Komm schon! Ach ja! Ja, genau! Schickt halt noch mehr! Komm! Das ist doch einfach... Mann! Ach ja, genau! Ich halte locker 2000 Schuss aus! Ich keinen! Ach ja, genau! Genau! Ja, ja! Fast schon! Fast schon! Alles stimmt! Ja, genau! Genau! Ich würde auf dem Fall nichts treffen! Die schon! Mann! Scheiße! Oh, geh halt sterben, wenn ich voll auf dich draufhalte! Ich hoffe, die Videos sind alle asynchron! Nein, das ist der falsche! Oh, geh halt sterben! Ach, geh halt sterben! Ja, alle! Hallo! Was hat das denn jetzt? Noch ein Gegner! Hey, ich hab ja noch nicht genug! Kämpfe jetzt gegen drei oder vier! Hau mich noch mehr! 22, 30 Stück sollten so und sein, ne? Fatsache! Ach! Ist es tot? Oh ja! Noch mehr! Komm! Auf! Jetzt sterb halt! Halt! Ja! Mann! Komm, lad! Nein, falscher! Wieso stirbst du nicht einfach? Mann! Ich blase da mehr nahe, als die Bleiblasen müssen, wenn ich 255 Panzerung und Schild hab! Da bin ich nicht einfach... Da bin! Ja, genau! Genau! Naht schon! Vielleicht gibt es so noch aus! Ja, komm! Komm, Munition aus! Komm! Was brauche ich jetzt noch? Jetzt sterb doch endlich mal! Wie muss ich denn da noch mal schießen? Sterb! Hey, jetzt geht's doch einfach! Mann! Komm! Jetzt komm! Hallo! Mann! Das dauert ja so lang! Drecksspiel! Drecksport! Drecksmüll! Nein, da will ich nicht rein! Dann lande ich wieder in irgendeiner Scheißfalle oder so in einem Müll, wo ich nicht mehr rauskomme! Ja! Schön! Ja! Nein! Da will ich auch nicht lang! Munition kriege ich auch keine mehr! Doch, da war Munition! Da habe ich irgendwie... Hauptsache, er trifft mich nochmal! Sterb! Hä? Wie will ich nicht sterben wollen? Ja, genau! Schieß mal wieder seitlich raus! Hast schon recht! Ratschießen fehlernweist! Ja, ich habe keine Animation mehr! Ruh! Ruh! Keine Animation mehr! Freuen wir uns alle! Mann! Hier ist die Pänzerung! Hol mir lieber neue Waffe! Billig Ramsch! Wenn ich erfinde, der bringt ja überhaupt nichts! Nein! Ah! Nein! Mann! Komm! Na! Nein! Thomas, bastelt man nicht! Über den Ladebildschirm! Lade-Screen, Lade-Option, wie auch immer! Er kommt auf so eine bescheuere Idee! Mein, ernsthaft! Immer das war, der muss noch Drogen genommen haben! Oh, der enemy Suskan, der lebt auch noch! Ist ja schön! Halt die Fresse! Außerhalb das richtige Waffen! Ich muss für diesen Schock, der hier als Waffen verkauft wird! So, dass ich den Laser in der Mitte töte! Hm, wie war's denn damit? Ist ja doch nicht so was sag, hä! Fiegt einfach den Laser und verrückt! Und du stirb endlich! Es stirbt doch endlich mal! Ich hab dir vorhin schon ewig bearbeitet! Warum stirbst du nicht einfach mal? Komm schon, stirb! Ach, keine Munition mehr! Toll! Na komm, spawn wieder! Ja, oh ja! So weit von meiner Ausrüstung wie möglich weg! Dann müsste ich es auch garantiert nicht mehr bekommen! Mann, ey! So ein Kotzen! Oh, guck mal! Ja, hey! So, ich hab keine Ahnung, wo das Ding schon wieder ist! Das ist schon wieder irgendwie hinter mir! Tschüss jetzt! Fresse hier! Ich denk' ich soll'n Scheißmaus! Und da drin! Ich denk' ich noch mal auf, was auch... Na also, endlich hat es aufgenommen! Noch so'n Ding! Ja, genau! Warum denn nicht? Warum denn noch 10? Pool of Life ist aktiviert! Ich schieb dir dein Pool of Life irgendwo am Anfang an! Der Karte ist in den Arsch! Verreckt dran! Wie geht's nicht um die ganze Map zurück? Wie geht's schneller, wenn ich einfach durchfliege? Oh, oh! Das muss ich töten! Das muss ich auf jeden Fall töten! Oh, ich zieht's an! Ja, ich seh' so viel grad mal wieder! Ist es tot? Ist eh nix! Es ist tot, aber wieder unten nicht! Sorry, ich hab' leider keine Zeit für euch! Der Hauptverdizin! It's like hitting your head against a brick wall! Ja, ich bin jetzt... Auf keine Zeit, mich mit irgendwas anderes zu beschäftigen!